Hallo Freunde! Herzlich Willkommen zurück zu Autonauts. Ähm, das kriegt keiner hungrig. Ähm... Ne, es ist so. So. Ansonsten braucht er nämlich nicht füttern gehen, wenn hier voll ist. Das macht es nur, solange hier nicht voll ist. Ähm, ja, schauen wir mal. So, ich habe eine neue Idee, wie wir das verbessern können. Ah, den, also den Eisentransport. Mal schauen, ist das eigentlich notwendig? Gerade eigentlich nicht. Okay. So. Wir werden den Kollegen hier mal kurz umprogrammieren. Und damit brauchen wir dann auch nur noch einen Karren. Beziehungsweise können wir, wenn wir genügend Eisenerz haben... Weil der transportiert ja auch zu wenig. Offensichtlich. Wenn wir genügend Eisenerz haben... Ähm... Wir machen das gleich gescheit. Ähm... Shit. Die sind hier noch zu beschäftigt. Warum ist das so? Warum haben wir keine Vertäfelungen gerade? Ach, das könnte immer noch wegen einem Spielzeug sein, oder? Ist das möglich? Ähm... So. Genau. Weil sonst kommen wir hier nämlich an nichts mehr ran. Und wir brauchen leider für Körper und... Ähm... Ähm... Ach... Ok... ... ... ... Oh, okay, naja, wir haben gerade, ich sehe schon, was das Problem ist. Das Problem ist in erster Linie die Pfähle, oder? Ne, doch, es sind Befestigungsstifte, die wir sonst brauchen, okay. Oh, jetzt gehen uns auch die Bretter aus. Oh, okay, jetzt sollte es weitergehen. Brauchen wir zum Glück eh nur den einen. Der wird aber keinen Miner, nee, stattdessen werden wir... Nee, wir müssen den anderen genauer programmieren, oder? Nee, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Wir stecken die einmal ein, weil wir werden die brauchen. Mann, Mann, Mann. So viel Produktion und das ist immer noch zu wenig. Gerade die Befestigungsstifte, die passen jetzt. Da gibt es jetzt momentan keinen Mangel, aber bei allen anderen gibt es dafür einen Mangel. So, noch mehr Straßen, bitte. Just to be sure. Ach, und den Rädern mangelt es hier immer. Weil die brauchen Brettpfahl und Befestigungsstifte und das Ganze jetzt immer dreimal. Wow, wo sind die ganzen Rahmen hingekommen? Da waren gerade noch so viel da. Junge, Junge. Ähm, ja, der erwartet immer noch auf Fehler, scheinbar. Ich weiß auch, ob wir ihm da ein bisschen helfen können. Komm schon. Okay. Ähm, gut, die Ding hat er. Das hat er auch. Perfekt. So, der soll das Eisenerz einsammeln. Braucht hier keine Upgrades, das passt schon so. Komm mal einfach mal mit. Forschung. Placebo, aha. Okay. Kommt der mit? Der kommt nicht mit. Shit. Wo ist der abgeblieben? Da ist er. Komm her. Okay, er kommt doch mal her. Das ist wichtig. So. Du wärst dann mal auf hier. Okay. So. So, tun wir es nämlich auch nur zum Transport da. 60 passen da rein, okay. Da nur 16. Wir müssen den dann gleich einmal aufhalten hier. Kollege. Stopp. Stopp, stopp. So, das kommt alles weg nämlich. So, du sammelst hier das Eisenerz, was du findest, bis Hände voll sind, dann da rein, bis Hände leer sind. Go. So, das ist mal den seiner Aufgabe. Und jetzt kommen die Transporter zum Einsatz. Du nimmst einfach den hier. Das ist aber völlig uninteressant. Das Wichtige ist, das hier nehmen. Und hier ablegen. Und mehr brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Karan steht eh dort. Das heißt, da kannst du nicht gleich einen nehmen. Theoretisch. Aber wir müssen den so ein Programm natürlich dann noch kopieren. So. Das ist außerhalb. Das ist egal. Er wird endlos nur das hier machen. Und der muss einfach nur schauen, dass er möglichst schnell immer das ganze Zeug hier reinbringt. Wobei wir werden denen das Upgrade von irgendeinem von denen geben. Zumindest das Stärke-Upgrade, damit er mehr Eisen tragen kann. Weil es ist ja doch ganz praktisch, wenn der auch ein bisschen schneller unterwegs sein kann. Hier braucht es das nämlich eh nicht mehr. So. Du musst halt schon herkommen, Kollege. So. Die haben wir eh. Genau. Und so läuft es jetzt. Er füllt hier schön die Kisten an. Den werden wir auch das hier abnehmen. Wo ist er denn? Alter. Da ist er. Gespeichert. Warte mal. Erste, richtig. So. Gespeichert. Und übertragen. Und go. Und go. Funktioniert. Würde ich mal sagen. Und schon werden beide hier regelmäßig mit hoffentlich vollen Karren Eisen transportieren. Da kommen auf jeden Fall schon mal 32 daher. Damit kann der 16 Eisen, äh 16 Metall herstellen. Und wieder zurück. Da ist nur die Frage. Können die jetzt da schnell genug abbauen? Weil hier drin ist gerade einmal genug jetzt da für einen. Geschweige denn für zwei. Ah, da ist nämlich schon der erste. Also, die transportieren jetzt auf jeden Fall mehr, als was die hier abbauen können. Beziehungsweise, ja, der, der ist sicher auch schneller im Sammeln, als was die hier können. Da hat er einen 7 mit. Aber egal, der Transport läuft. Das ist einmal soweit. Das ist einmal gut. Gut. Okay, der tut sich noch ein bisschen schwer. Guck mal, der ist noch mal hier schon fertig. Okay. So, ähm, nächster Plan. Wir brauchen die jetzt dann für die Kohle und so. Also, dass die, die Dampfmaschinen immer gefüttert sind. Genau, das wird jetzt gleich einmal der nächste machen. Dann könnt ihr das Upgrade gleich einmal bekommen. So, halt. Kommst daher, holst dir Kohle. Bis Hände voll. Und dann suchst du dir eine Dampfmaschine, die das braucht. Bis Hände leer. Repeat. Vielen Dank. Okay. Und der andere, der andere kommt nur mit einem daher. Junge, Junge. Er braucht wohl doch ein Geschwindigkeits-Upgrade. Definitiv. Aber das können wir eben ja schnell bringen. Okay. So, also, das braucht er eindeutig. Das ist ja nicht einmal der voll. Das heißt, die produzieren gerade in etwa die Hälfte von dem, was die hier transportieren können. Was natürlich jetzt einmal auch nicht so schlecht ist. Oder das heißt, wir haben noch einiges an Transportkapazität übrig. Und es wird hier mehr. Das ist ja auch entscheidend. Also, der kommt mit dem Produzieren gerade gar nicht nach. Also, wir dürften erst einmal genügend produzieren für das, was wir da oben brauchen. Wobei es natürlich durchaus sein kann, dass wir einmal mehr brauchen werden. So, aber die bauen jetzt nämlich schon gar nicht mehr schnell genug ab für ihn hier. Er ist fast voll. Ich frage mich, ob man denen noch sagen könnte, dass sie sollen hier warten, bis das Ding voll ist oder so. Geht sich ja aber. Ja, das ist erstmal nicht so richtig. Okay, Nieten haben wir genug. Hier schauen wir auch wieder gut aus. Das heißt, wir können ja schon was mit den anderen Dampfmaschinen jetzt da fertig machen. So, wir haben noch vier weitere. Das heißt, hier brauchen wir nur noch eins. So, da sind Nieten-Evasionen drinnen. Okay. Und da ist die letzte Feuerbüchse, die wir brauchen. Acht Nieten auch, je weiß man. Vielleicht hat man doch noch nicht so viele Dampfhämmer gebraucht. Wobei, für später vielleicht, weil es gibt ja noch andere Dinge zu tun. Ja, dass wir die Feuerbüchsetzen sind. Dann können wir ja auch noch einmal versuchen. Aber es gibt ja noch viele Dampfhämmer. Aber es gibt ja noch andere Dinge. Das ist ein paar Dampfhämmer. Aber es gibt ja noch eine Dampfhämmer. Aber es gibt ja noch nicht so viele Dampfhämmer. Aber es gibt ja auch noch viele Dampfhämmer. Eisen wird auch mehr. Eisenerz ist jetzt so in einer guten Verfassung gerade. Und wir haben auch gar keine Energieprobleme mehr. Wir produzieren hier und haben eigentlich keine Energieausfälle, weil die, gut, weiß ich, ob die da Vollgas machen gerade. Mieten sind es, die wir brauchen. Oh, der Part ist dann auch fast wieder zu Ende. So, da sind wir auch fertig. Da fehlen andere Dinge jetzt, okay. Ähm, na, da stimmt. So, hier müssen wir jetzt so hin. Musik Musik Die produzieren hier auch brav. Und ich nehme mal an, die werden auch nicht effizienter, oder? Wenn wir sagen, dass hier... Nö, macht keinen Unterschied, okay. Schade natürlich. Okay, die sind auch fertig damit. Dann fehlen jetzt nur noch Platten und Stangen für hier, viermal, also für die vier Schwungräder. Und dann sind wir damit durch. Aber Freunde, das war es erstmal wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!